Zum Saisonausklang werden beim SC Eintracht Berlin traditionell die Seniorenmeister ermittelt. Als Senior gilt hier, wer älter als 40 Jahre ist. Punkt. Es wird weder nach Geschlecht noch sonst wie weiter differenziert. Schließlich steht hier der Spaß am Sport und die Geselligkeit im Vordergrund. Außerdem zählen beim Tischtennis viele Qualitäten. Jugend allein macht da noch lange keinen Meister. Also wir sind nicht mehr die Jüngsten und beim Tischtennis macht es nichts aus, ob man 75 ist oder 40. Da spielt eine große Rolle die Reaktionsfähigkeit, die Erfahrung, die man gesammelt hat in den Jahren und die Reaktionsschnelligkeit. Und das stellen Gerd Huschke und sein Doppelpartner Klaus Prössdorf dann auch gleich unter Beweis. Zusammen bringen es die beiden auf stolze 131 Jahre. Ihre 41 und 42 Jahre alten Gegner haben trotzdem das Nachsehen. Vielleicht mangelt es hier ja noch an Erfahrung. Ja, man muss trotzdem flink auf dem Bein sein. Man muss also ein gutes Reaktionsvermögen haben, Schnelligkeit, mit den Schlägen spielen können, mit den Bällen. Und ja, das ist eigentlich schon alles. Man muss es aber natürlich über Jahre hinweg gespielt haben, damit man einigermaßen mitspielen kann in den höheren Klassen. Keine drei Kilometer entfernt geht es für den Nachwuchs des Hellersdorfer Vereins ums Ganze. Allerdings in einer ganz anderen Sportart, im Handball. Beim Qualifikationsturnier entscheidet sich für die 10- bis 12-Jährigen, in welcher Liga sie in der kommenden Saison spielen werden. Großes Ausrufezeichen, wo wir hinwollen nächste Saison. Wir wollen wieder Verbandsliga spielen. Wir haben den ersten Schritt in der ersten Quali-Runde bestanden. Heute ist der zweite Punkt, wenn wir hier so viel wie möglich gewinnen, sind wir in der Verbandsliga und da gehört unser Verein auch hin. Und mit diesem Selbstverständnis treten die Jungs von der Spielgemeinschaft AC Eintracht Berlin auch auf. Allen voran die Führungsspieler Jannik, Ferdinand und Glenn. Gegen das Team von Blau-Weiß 90 reicht es an diesem Tag zwar knapp nicht, aber egal. Der Sieg im Spiel gegen Lichtenrade sichert den Aufstieg in die Verbandsliga. In der Verbandsliga ist es halt cool da zu sein, weil es auch die höchste Liga für die männliche Jugend D ist. Ja, eine Niederlage ist ja immer ein bisschen blöd, aber besser ist halt, dass wir aufgestiegen sind. Und das ist es schließlich, worum es bei einem Quali-Turnier geht. Jetzt können die Hellersdorfer Jungs auf höchster Ebene zeigen, was in ihnen steckt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.